Unser schlimmster Albtraum ist wahr geworden. Die Föderation hat aus dem Wrack von Odin ein Raumwahrheitssystem zurückentwickelt. Wann ist es funktionstüchtig? Unklar. Die gebogenen Daten wurden zu NORAD geschickt. Der Minister will persönlich informiert werden. Keegan, ich schicke euch nach Colorado Springs. Alles klar. Wir treffen uns im Vegas-Versteck, morgen um 12 Uhr. Also nicht Call for the Ghosts zocken, sondern ach. Egal. Zocken. J-Sock will erst schnell angehen. Sorgt dafür, dass ihr nicht flank ziehen müsst. Wir haben sechs Stunden bis Keegan zurückkommen. Moment. Kommt dir was komisch vor? Überwachung aktiv. Yo. Freude! Freude! Runter! Okay. Gleich der Anfang so, okay. Okay. Das ist zur Hölle. Wir sind schon eine Weile dran und er hat nichts verraten. Er wird nicht brechen. Nun, wenn etwas gut werden soll, tut man es selbst. Wow. Ah, du bist wach. Gut. Es ist schön, die ganze Familie zusammen zu haben, nicht wahr? Fehlt nur noch dein stiller Freund. Hm. Wo ist Keegan? Ich erzähl dir einen verdammten Dreck. Ach? Nun, mal sehen, ob ich deine Meinung ändern kann. Wow. Oh. Sag der Junior, du bist erst später dran. Logan. Sieh mich an. Sieh mich an, Sohn. Ganz recht. Sieh ihn dir an. Genau. Zeig ihm, wie viel Schmerz er dir bereitet. Ist schon lustig, euer alter Herr Jungs. Für seinen eigenen Arsch lässt er seine Männer sterben. Verdammt, Rob. Das ist zwischen dir und mir. Halt meine Jungs da raus. Sie reden mit einem Vorgesetzten, Lieutenant. Etwas Disziplin, bitte. Du warst niemals einer von uns. Du bist kein Ghost. Und das nur, weil ich besser als du bin. Ja. Ich war immer besser als du. Aber du. Du nennst dich Ghost? Ja. Du bist nichts. Du und deine Söhne hier seien. Okay. Was passiert jetzt? Dein Name stirbt mit dir. Er hat noch Leben in sich. Hat er dir nicht beigebracht, dich mit Waffen auf Menschen zu zählen? Sie könnte losgehen. Alter. Alter. Ganz recht. Ein bisschen weiter. Nein. Alter. Komm schon, Frog. Hör auf. Ziel. Auf. Ach, Daddy. Ich konnte nichts machen. Logan. Logan. Puh. Du hast Feuer in dir, Kleiner. Das mag ich. Riskierst dein Leben für deinen Käpt'n. Du könntest noch was von ihm lernen, Herr Liles. Er ist mein Sohn. Tja. Jetzt darf er dir beim Sterben zusehen. Ich bin der Mann, der sie jagt. und sie auf die andere Seite schickt. Alter, bitte noch mehr Schüsse. Puh. Und wir sind auch noch angeschossen worden. 12.00 Uhr 2. Der Bosch will den Jüngsten lebendig. Ich krieg noch Hilfe. Ich hab dich nur getroffen. Okay. Hey. Ey, Mann. Wir sind unterwegs. Kommt so schnell wie möglich her. Okay. Wir treffen uns in der Küche. Wir müssen die Westseite des Gebäudes erreichen. Das ist unsere beste Chance hier raus. Okay. Shit, Mann. Machen wir es schnell. Ja, kann es mal aus dem Weg gehen, Mann. Wo ist Keegan? Er ist auf dem Weg. Gleich zum Anfang der Mission. Wir verschaffen unseren Vater verloren. Wir haben uns wohl gehört. Sie schicken noch mehr Leute hierher. Wir sind in Ihrer Position. Wir bewegen uns zur Küche. Warum? Ich bin fast da. So ist euch ein gutes Versteck. Seine Megatypen sind oder links zu euch. Wie viele? Ja, zu viele. Achso, Keegan. Hi. Keegan. Wir brauchen eine verschiedene Scheiße. Hilf ihm auch. Hier rein. Schnell. Hier. Ruta, ruta. Warum? Was ist denn los? Sch-sch-schnell. Entrückst du in der Nähe. Mein Gott, das sind aber auch viele jetzt gewesen. Wow. Unauffällig bleiben. Da werden noch mehr sein. Leise. Alle machen wir. Ich vermisse ein paar meiner Freunde. Trägt sie zurück zu mir. Tot oder lebendig. Und ihr leistet einen großen Dienst für euer Land. Auf was zielt ihr? Hier. Ha. Viel Glück. Danke. Oh. Oh. Da kommen noch mehr. Wir werden nicht um sie herumkommen. Wartet, bis sie näher kommen. Okay, Keegan. Auswärts. Jetzt. Ups. Das war ein guter Kopftreffer. Lustige Waffe, irgendwie. Okay. Okay, weiter runter. Junge. Oh, wow. Ha. Hab' gedacht, das wär' gesäubert auf der Seite. Mein Gott. Wieder so viele, Alter. Oh, ja. Wow. Knappes Ding, yo. Ziel doch, vier Uhr. Wo ist die Uhr? Ich seh' keine Uhr. Ja, ich bin durch. Warte, wo ist Reilly? Stimmt. Reilly. Da kommen diese ganzen... Die fliegen durch die Fenster hindurch. Weiter noch. Nicht mehr weit. Halt dich einfach links. Wir sind fast draußen. Aha. Ach, hier. Wow. Wow, ich bin schon halb tot. Scheiße, 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 scheiße. Links, nach links. Okay. Was machen wir? Puh, puh, puh. Oh, Mann. Nicht tot? Nee, ne. Alles okay? Lebst du, Marek? Alles gut. Wir müssen weg, bevor die Helikopter wissen, wo wir sind. Wir müssen zum Strip schaffen, wenn ich einen fahrbaren Untersatz. Ganz sachte. Da sind wir in der Unterzahl. Na, es geht aber schon wieder los, ne? Reilly! Los! Hey, Reilly! Ey, nein, sie haben Reilly erwischt. Reilly, nein! War doch irgendwie klar, dass ihm was passiert. Da ist er. Shit. Wir sind gleich da. Ja, das war ein glatter Durchschuss. Logan, kannst du ihn tragen? Ich muss ihn tragen? Okay. Ich hab ihn. Warte, ich leg dich kurz hier ab, Reilly. Ich rück hervor. Okay, ich komm ja schon. Komm, geh'n wir. Alter! Okay. Reilly, wo bist du hier? Reilly, wo bist du hier? Oh, fuck. Alter. Komm, mach mal weiter. Na, toll. Wieder ablegen. Ja. Ja. Wenig Munition. Oh, shit. Hier. Runter mit dir, Reilly. Und ich brauch erstmal ne Waffe. Ja, mach ich. Mach ich das eigentlich? Oh, ich still dich mal kurz hier hin. So. Der arme Mensch. Aber ihn verlieren wir doch jetzt nicht, ne? Ich wär' nicht etwas zu viel für ein Part. Erstmal Fahrer verli- Oh, wow. Mach ich. Mach ich. Wie wär's, wenn ihr das auch mal machen könntet? Kann man da was abschießen, da? Vom Gesicht? Ne. Ja, Reilly, ich hab kein... Snack... Pedigree, oder wie das heißt. Ja. Ja, aber wir sollten auch erst mal das sichern hier. Wo ist er denn hier? Ich glaube, ich bin schon tausendmal auf ihn draufgetreten. So, hier. Okay, sehr gut. Echt? Okay. Ja, wartet. Oh Mann, ey. Gut verstanden, gute Arbeit. Oh Mann, der war noch da. Rock war noch da. Dieser Krieg war nicht vorbei. Noch lange nicht. Leb wohl, Dad. Ich kann dich nicht ersetzen. Aber ich kann dich vertreten. USS Liberator, hier Phantom 2-2 beim letzten Anflug. Verstanden, Phantom 2-2. Sie haben Landerlaubnis. Das Deck ist bereit. Merk, wir müssen ihn kriegen. Ich will rocken. Negativ, Ash. Die Satelliten begeben sich in Position. Wenn sie online sind, kann die Föderation Ziele auf der ganzen Welt angreifen. Wie lautet der Plan? Wir riskieren alles. Auch unseren letzten Flugzeugträger. Wir steuern ihn direkt ins Herz des Föderationsgebietes. Wir greifen sie am Boden und in der Luft an. Wenn der Angriff startet, brauchen wir ein Ghost-Team am Boden. Wir sind bereit. Du übernimmst die Leitung, Ash. Du kommst nicht mit? Ich übernehme Elias Platz und koordiniere die Ressourcen. Dein Vater war ein toller Mann. Ein großartiger Anführer. Auch er sah euer Potenzial. Hier, Logan. Das gehört ihm. Tut mir leid. Du hast deine Pflicht erfüllt. Du gehst mit Merrick. Ich passe auf ihn auf. Was? Riley ist nicht mehr bei uns? Und ich habe eine gammelige Socke bekommen? Oh Mann. Drei Tage später. Schau, es geht's. Wir sind Ghosts. Okay, dann geht's los. Alter. Oh Mann. Okay, lieber sowas, ey. Oh, 1000 Gegner. Achso. MSBS. Der komm ich auch besser klar. Was? Mann, ey. Yo. Ich habe das Ding weggeworfen. Wow. Alter. Das hat aber nicht lange gelebt. Komm, gib mir irgendwas mit großem Magazin. Nachlanden. Das soll ich nachladen. Alter. Kleiner Krieg wieder hier. Feinde landen auf dem hinteren Deck. Mann, Mann, Mann. Und es landen noch mehr. Ah. Fertig? Okay. Okay, Hash. Wann ist der Osprey oben und einsatzbereit? Wir beladen ihn gerade. In zwei Minuten ist er in der Luft und bereit. Wirklich? Unterfährt einer in Ruhe die Raketen. Er kommt den Spitzenwinkel zurück. Bereit machen für Zielmarkierung. Wir brauchen einen Transport zum Angriffstopp auf die Satellitenfarm. Ja, Sir. Hubschrauber nähern sich. Sie werden aber erst entziehen. Und diesen Transport. Okay. Okay, Boss. Verteidigen. Die sind eben gerade lustig gestorben. Alter. Und tschüss, Junge. Ja. Und wie mache ich das jetzt? Bin ich dann ungeschützt? Oh, wow. Ah, okay. Alter, wie viel? Wow. Ey, ist das krank, Junge. Die gehen doch alle da drüben hin. Okay, Osprey-Einsatz wieder. Okay. Mann. Das sind so viele. Ich wollte doch nur was essen. Ich wollte doch nur was essen. Ich wollte doch nur was essen. Okay, okay, warte. Oh, nein. Yo. Private Ryan. Okay. Was mache ich jetzt? Facebook? Föderationsflugzeug. Schlagflugzeug anvisieren. Feindfeuer, Feuchtkörper. Das Schlagflugzeug dreht. Auf die Helikopter konzentriert. Feind kommt von rechts. Schieß die Helis runter. Ja, warte. Ja, die benutzen immer noch diese Leuchtkörper. Ach so, echt? Feind kommt von rechts. Okay. Es ist nicht so eine anspruchsvolle Aufgabe. Nur ist es etwas krank. Wie viel... Ich meine, wie viel ballere ich gerade hier ab? Ja. Echt? Ach so. Erst mal Hauptangriff. Wow. Wow. Wow, 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 wow. Fuck. Oh, nein, oh, nein. Warte. Oh. Alter. Okay, man kann sagen, was man will. Das sieht geil aus. Da kann man sagen, was man will. Ich komm, ich komm, ich komm. Yo. Oh, Mann. Oh, Mann.